Seit zwei Jahren sind der 34-jährige Steuerberater Peer Rütten und Steffi Ferch ein glückliches Paar. Steffi erwartet in fünf Monaten ein Kind und die beiden haben beschlossen, demnächst zu heiraten. Die Familie ist gerade dabei, die Verlobung des jungen Paares zu feiern und ahnt nicht, dass sich Peers Leben in nur wenigen Minuten von Grund auf ändern wird. Ich geh mal kurz gucken hin. Hallo. Hallo, sind Sie Peer Rütten? Der bin ich, ja. Mit wem hab ich die Ehre? Ich bin Marie Zimmermann. Zimmermann? Ich kannte meine Heike Zimmermann. Ja, genau darum geht's ja auch. Ich möchte Sie nämlich unbedingt kennenlernen. Das freu mich, ja. Aber wieso kennenlernen? Tut mir leid, da kann ich jetzt... Ja, ich glaub nämlich, dass Sie mein Vater sind. Bitte? Dein Vater? Ich bin mir da wirklich total sicher. Heike Zimmermann ist meine Mutter und ich... Moment, das kann überhaupt gar nicht sein. Und ich weiß auch nicht, wie du da jetzt drauf kommst. Aber ich bin mir da total sicher. Können wir nicht irgendwie kurz reden oder so? Ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Und das passt jetzt hier auch überhaupt nicht. Tut mir leid. Ich beende das Gespräch. Es reicht, okay? Ciao. Peter? Wo bleibst du denn? Wer war das? Ähm, das... Ne, das war niemand. Alles gut. Und warum hast du so mit der Tür geknallt? Das war eigentlich so ein Abo-Tipp von der Drückerkolonne. Wollt uns eigentlich Scheiße aufschwatzen. Keine Ahnung. Können wir das uns weiterfahren? Ja, komm. Hallo! Wo bleibst du denn? Da seht ihr's alle! Ja, wir holen uns noch einen. Das ist ja wohl. Du, was ist denn los? Was? Was ist denn? Oh, Scheiße, Alter. Pass mal auf. Das gehört dich dazu. Das kennst du noch von damals Heike Zimmermann? Die von der Schule? Meine große Liebe damals Heike. Ja, ja. Ja, und? Was hast du denn? Du, pass mal auf. Deren Tochter stand gerade bei mir vor der Tür hier. Ja. Ja, behauptet, ich wäre der Vater. Wie? Du wärst der Vater von dir, oder was? Ja, das sagt die. Du hast was für irgendeinem Ratenhörig schon um, oder was? Ja, aber da nicht so ein Katsch, Alter. Nein, nein, das kann überhaupt nicht sein, oder was? Wir waren damals 16, wir haben aufgepasst, wir haben vor Hüte, wir haben... Das kann vorsichtiger, kann man gar nicht sein. Du meinst die gleiche Sätze von dir, oder was? Ja, das meint sie, aber nicht ich. Weißt du, und das kann, wie gesagt, was ich dir gerade gesagt habe, das kann nicht sein. Das ist irgendwie, kommt mir das komisch vor, Alter, weißt du? Aber wenn das so ist, wenn da irgendein Funken Wahrheit drinsteckt, ja? Ey, Alter, ich heirate Steffi, und das Kind ist unterwegs, und, 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 und jetzt steht sie hier vor der Tür, oder was? Also, für mich ist das alles ein bisschen... Pass mal auf, das ist die Tätnig, du musst dich drum kümmern, wegen Unterhalt und alles drum und dran, wenn du die Geld aus der Tasche ziehen wolltest. Am besten rufst du einen Anwalt an, du musst dich drum kümmern. Der Tätnig, die ziehen dich aus, die machen dich nackig, ey, wie du, du musst Geld bezahlen, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, das ist besser, was du machen kannst. Du, wir klären uns in Ruhe alles drum und dran, wir gehen das mit da rein, damit es nicht auffällt, und was weiß ich nicht bei Ihnen. Alles klar, danke. Lutz hat recht. Was ist, wenn die Kleine echt nur auf mein Geld aus ist? Ich sollte mir auf jeden Fall Hilfe holen und mir einen Anwalt nehmen. Der kann mir da weiterhelfen, und der kann mir auch sagen, was ich machen muss, wenn sich bestätigt, dass wirklich die Kleine meine Tochter ist. Per hat sich den guten Ratschlag seines Bruders Lutz zu Herzen genommen und gleich am nächsten Tag einen Termin bei Rechtsanwältin Ulrike Tarsitsch vereinbart. Der 34-jährige Berliner will sich von der Juristin darüber aufklären lassen, was er tun kann, um herauszufinden, ob er wirklich Maries Vater ist. Wie gesagt, stand gestern auf einmal dieses 15-jährige Mädchen bei mir vor der Tür und behauptet, allen Ernstes, ja, meine Tochter zu sein. Also ich rede hier von meiner damaligen großen Jugendliebe. Die genau zu dem Zeitpunkt schwanger war, als Sie zusammen ein Paar waren, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja, nein, nein. Also das Ding ist, sie war damals auf einmal verschwunden. Und Sie haben nicht nach ihr gesucht? Ja, doch, doch, klar. Ich habe nach ihr gesucht, ich habe Nachforschung gestellt, ich habe mich erkundigt und, und, und. Aber irgendwie, nee, selbst beim Heim habe ich keine Auskunft darüber gekriegt. Aha, das heißt, Heike Zimmermann war ein Heimkind? Sie war ein Heimkind, ja, ja. Nur, was meinen Sie denn jetzt, weil sie damals schwanger gewesen ist, ist sie jetzt irgendwie von heute auf morgen verschwunden oder abgehauen oder, oder wie? Ich kann mir das gerade selber alles nicht erklären. Naja, gut, so wie Sie es beschreiben, war das Mädchen 15 Jahre alt. Also zeitlich gesehen wird das ja genau hinhauen, ne? Das ist richtig, aber ich muss dazu erzählen, dass wir sehr vorsichtig waren. Wir haben immer verhütet. Und, ja, jetzt kommt für mich irgendwo die Frage auf, ob das nicht vielleicht doch irgendwo eine Riesenverarsche ist, oder? Ja, aber warum sollte das Mädchen Sie linken wollen? Ja, jetzt überlegen Sie doch mal bitte. Da steht auf einmal ein 15-jähriges Mädchen bei mir vor der Tür, ja, behauptet, ich wäre der Vater. Vielleicht ist es, wenn die sich einfach nur auf mein Geld aus ist, wenn die das Geld abgreifen möchte, oder was? Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Selbst wenn Sie der Vater sind, ja, dann muss die Sie erst mal schriftlich auffordern, Auskunft über Ihr Einkommen zu geben, ja. Und auf dieser Einkommensgrundlage, da kann man dann erst später den Unterhaltsbetrag, den Sie schulden, dann errechnen. Also so einfach ist das nicht. Ja, ja. Na gut, ich sage jetzt mal so, in allererster Linie geht es mir jetzt gar nicht unbedingt ums Geld. Ich denke jetzt halt einen Schritt weiter, wenn das jetzt, wenn das wirklich so wäre, ja, und Sie, das würde sich jetzt irgendwie bestätigen, dass das wirklich meine Tochter ist, dann würde ich natürlich die Verantwortung auch übernehmen. Und, also ich würde für alles aufkommen, sage ich mal so, ne. Okay. Aber was kann ich dann jetzt für Sie tun? Ja, das große Problem ist, also ich bin ja verlobt, so, und ich will für meine Verlobten nicht die Bombe platzen lassen. Ich möchte natürlich aber auch keine schlafenden Hunde wecken. Also ich sitze ja gerade in so einem, ja, ich sitze total im Zwiespalt. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja gut, Gewissheit, wenn Sie das haben wollen, dann müssen Sie ein Vaterschaftswiss machen. Aber dafür brauchen wir natürlich auch die Zustimmung der Kindsmutter, ne. Ja, und da kommen Sie jetzt eigentlich ins Spiel, weil ich möchte eigentlich, dass Sie rausfinden, ich möchte, dass Sie rausfinden, wo Heike Zimmermann abgeblieben ist, was das mit dieser Schwangerschaft aus sich hat. Wenn sich das rausstellen sollte, dass an diesen ganzen Sachen, dass das dran ist, ja, und ich bin der Vater, dann werde ich die volle Verantwortung übernehmen, das ist für mich ganz klar. Ja, mache ich das, ja, schauen wir mal. Wenn ich da irgendwas Neues rausfinde, melde ich mich wieder bei Ihnen. Alles klar, super. Na gut, kriegen wir schon hin. Okay. Machen Sie es gut, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an, ja. Ich bedanke mich erst mal bei Ihnen. Sehr gerne. Alles klar, schönen Tag noch. Tschüss. Danke, ciao. Respekt vor so viel Verantwortungsbewusstsein. Die meisten Männer, die hätten wahrscheinlich schon Reis ausgenommen, wenn ein Teenager bei Ihnen vor der Tür gestanden hätte und behauptet, die Tochter zu sein. Ich werde mich jetzt einfach mal auf die Suche nach Heike Zimmermann begeben. Anwältin Tasic hat sich auf die Suche nach der Kindesmutter gemacht und hofft nun, unter all den Frauen, die in Berlin mit dem Namen Heike Zimmermann leben, die richtigen, die richtige ermittelt zu haben. Nur ein persönlicher Besuch bei der Frau kann in diesem Fall Klarheit bringen. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Rechtsanwältin Tasic und ich suche Heike Zimmermann und ihre Tochter Marie. Marie? Ist was mit Marie? Hat sie irgendwas angestellt? Nein, keine Sorge, keine Sorge. Aber ich gehe davon aus, Sie kennen Marie. Sind Sie die Mutter von Marie? Ich habe eine Tochter, die Marie heißt. Aber worum geht es denn hier eigentlich? Es ist so. Ihre Tochter hat meinen Mandanten Herrn Peer Rütten aufgesucht und behauptet, dass er ihr Vater sei. Und Herr Rütten sagt, dass er zusammen mit Ihnen war. Sie waren zusammen ein Paar zu der Zeit, als Marie gezeugt wurde. Und jetzt fragt er sich natürlich, kann es sein, dass er eine Tochter hat, von der bislang noch nichts gewusst hat? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon Sie reden. Meine Tochter würde niemals zu einem Wildfremden hingehen und behaupten, dass das ihr Vater wäre. Aber es war wirklich so. Ihre Tochter war definitiv bei meinem Mandanten. Und Sie waren ja auch zu dieser Zeit ein Paar. Also kann es denn sein, dass Maries Vater mein Mandant ist? Tut mir leid. Ich kenne keinen Peer Rütten. Ich weiß auch nicht, wo Sie Ihre Infos her haben. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit mehr für diesen Quatsch. Schönen Tag noch. Das war jetzt irgendwie sehr merkwürdig, weil diese heftige Reaktion, da gibt es doch eigentlich gar keinen Grund für, wenn Sie nicht tatsächlich den Peer Rütten kennen würde. Frau Zimmermann, hier haben Sie nochmal meine Erreichbarkeit. Die 33-Jährige Angestellte kocht vor Wut über den Alleingang ihrer Tochter. Mama, was soll denn da? Wie zum Teufel kommst du auf die Idee, dass Peer Rütten dein Vater ist? Ja, sag mal, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich weiß ganz genau, dass das mein Vater ist. Sag mir doch mal die Wahrheit jetzt. Was ich dir sage und was ich dir nicht sage, das ist immer noch meine Entscheidung. Und ich sage dir, das geht dich nichts an. Mensch Mama, natürlich geht mich das was an. Und ich will das doch jetzt auch wissen. Sag mir, was los ist. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Peer Rütten? Ja hier, das kann ich dir zeigen. Guck mal hier. Die habe ich nämlich im Keller gefunden. Jetzt setz dich ruhig hin. Hier, das sind Liebesbriefe von diesem Peer Rütten eben. Die hat er kurz vor meiner Geburt geschrieben. Ich bin doch nicht dumm. Ich kann eins in eins zusammenzählen. Ja hier, lies doch selber. Die kennst du doch eh. Ja siehst du? Sag doch mal was dazu. Marie, es ist nicht so, wie du denkst. Ja wie ist es denn dann? Ist dieser Peer jetzt mein Vater? Nein, Peer ist nicht dein Vater. Peer ist ein Junge gewesen, mit dem ich mal zusammen war. Aber das ist schon eine ganze Zeit lang her. Und du kannst doch nicht zu dem hingehen und dem so einen Blödsinn erzählen. Ja aber warum denn nicht? Ich muss doch irgendwas machen, wenn du mir schon nichts sagst. Mein Gott Marie, ja? Peer hat jetzt gerade eine Anwältin eingeschaltet, ja? Die stand hier gerade vor der Türe. Ja, aber das ist doch total gut, wenn er jetzt sogar schon eine Anwältin einschaltet. Dann muss er doch auch irgendwie glauben, dass das irgendwie, ja, dass ich seine Tochter bin oder so. Marie, du nimmst nie wieder Kontakt zu Peer auf. Haben wir uns da verstanden? Warum denn nicht? Marie, es reicht jetzt, okay? Kein Kontakt mehr zu Peer. Das Thema ist ein für alle Mal erledigt. Und du, du kannst mich auch mal hier. Marie hat die Visitenkarte von Anwältin Tarsic heimlich aufgehoben und sie gleich am nächsten Tag kontaktiert. Die engagierte Juristin ist bereit, dem Teenager zu helfen. Und da sowohl Peer als auch Marie wissen wollen, ob sie Vater und Tochter sind, hat die Juristin ein Treffen zu dritt arrangiert. Hallo. Hallo Marie. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen, weil, dass ich dir einfach so die Tür, wo der Nase zugehauen hab, das wollte ich nicht. Ich war einfach total überfordert. Ja, schon okay. Ich hab dich auch einfach, ja, total überrumpelt. Hallo. Hallo. Darf ich dir was zu Trinkchen? Oh, einen Tee nehm ich. Okay, komm sofort. Dankeschön. Aber vielleicht erzählen Sie der Marie einfach mal, was damals passiert ist. Ja, bitte, Mama hat mir überhaupt nichts erzählt. Ja, also das sieht so aus. Also deine Mutter und ich waren damals ein Paar und wir waren wirklich schwer verliebt, kann man nur sagen. Ja, aber wenn du so verliebt warst, warum hast du sie denn einfach sitzen lassen, als sie schwanger war? Ich meine, sie war kaum älter als ich und sie hatte nicht mal Familie oder sowas. Ja, das Problem ist, dass ich von dieser ganzen Schwangerschaftsjahr gar nicht wusste. Ich wusste das ja gar nicht. Sie war ja auf einmal weg und ich wusste gar nicht, warum. Aber Marie, wie kommst du denn eigentlich auf meinen Mandanten? Also als ich deine Mutter gesucht habe, da hat sie mir gegenüber noch behauptet, der Name Per Rütten, der sagt ja gar nichts. Den Namen hat sie mir auch nicht genannt, geschweige denn sonst irgendwas, was mit meinem Vater in Verbindung stehen können. Ja, aber ich hatte halt bei uns im Keller so eine Kiste gefunden, wo halt alte Liebesbriefe von Per drin waren und dann war natürlich klar, dass da irgendwie mehr sein musste. Die Liebesbriefe, dass es die noch gibt, hast du die alle gelesen? Ein bisschen kitschig waren sie ja schon. Danke sehr. Also ich fand das mit den Liebesbriefen eigentlich total niedlich. Und außerdem habe ich dann auch gesehen, dass du sie wirklich geliebt haben musst. Ja, das haben wir uns auch. Also das war schon was ganz Großes. Also wir haben wirklich alles zusammen gemacht. Und du hättest dich damals gewusst, dass sie schwanger ist. Ich hätte sie in vollem Zügen unterstützt. Ja, dann heißt es doch, dass du auch glaubst, dass ich deine Tochter bin oder nicht? Tja, das will ich ja eben rausfinden. Das weiß ich ja nicht. Ich will das genauso wissen wie du. Aber das ist halt so. Aber da sind wir genau wieder beim Thema. Wenn wir Gewissheit haben wollen, ob sie der Vater sind und sie die Tochter, ja, dann brauchen wir diesen Vaterschaftstest. Aber wir brauchen, weil sie minderjährig ist, vorher die schriftliche Zustimmung der Mutter. Ja super, das wird doch sowieso nichts. Ich meine, meine Mutter ist ja sowieso schon total sau auf mich, weil ich überhaupt versuche, meinen Vater zu finden. Ja, pass mal auf. Also ich würde mich nochmal mit ihr unterhalten und würde mit ihr reden. Weil ich denke mal, vielleicht kann das auch sein, dass sie damals einfach nur Angst hatte, dass ich mich der Verantwortung entziehen möchte oder sonst irgendwas. Und ich denke, wenn ich sie nett umbete, dass wir das für der Klarheit reinkriegen, dann ich denke, dann wird sie auch zustimmen. Also da bin ich mir absolut sicher. Ja, warum sollte sie das nicht tun? Nur im Grunde Klärung. Wir können es ja versuchen. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich hat Peer recht und er kann meine Mutter echt davon überzeugen, den Test zu machen. Ich meine, das wäre schon echt der Hammer, wenn er mein Vater wäre. Immerhin ist er voll gut drauf. Der 34-jährige Steuerberater Peer Rütten hat von Marie erfahren, wo deren Mutter Heike arbeitet. Er will seine ehemalige große Liebe nun persönlich zur Rede stellen und ist zu der Wäscherei gefahren, in der sie angestellt ist. Peer ist nervös, denn er hat die Frau, die er einst so sehr geliebt hat, seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Peer, was machst du denn hier? Greta, kannst du uns bitte kurz allein lassen? Hallo Heike, wie geht's dir? Das ist so lange her. Du siehst genauso super aus wie damals. Ja klar, das glaube ich dir sofort. Was willst du? Was ist denn das für eine Begrüßung nach der Zeit? Meine Güte. Aber wenn du gleich auf den Punkt kommen möchtest, hör mal zu, ich bin wegen Marie hier. Kann das sein, dass das meine Tochter ist? Bitte, lass meine Tochter und mich in Ruhe, ja? Lass sie in Ruhe, ja? Also pass mal auf, sie stand bei mir vor der Tür und behauptet, ich sei ihr Vater. Und wenn ich das mal so von der Zeit her sehe und so, das würde sogar alles hinkommen. Aber ich frage mich, warum bist du damals einfach abgehauen, wenn du von mir schwanger warst, ja? Ich war nicht von dir schwanger. Du bist nicht Maries Vater. Marie ist nicht deine Tochter, okay? Das kommt aber genau hin von der ganzen Zeit. Ich habe doch darum gerechnet und das würde passen. Du glaubst also im Ernst, du bist der Einzige gewesen, oder? Ich war doch viel reifer damals als du. Marie ist nicht von dir, okay? Also willst du mir jetzt sagen, dass du mich damals betrogen hast? Also erstens, ja? Stammt Marie bei mir vor der Tür und behauptet, ich sei ihr Vater. Und zweitens haben wir beide ein gutes Recht darauf zu erfahren, was wirklich los ist. Und ich denke nicht, warum sollte sie sich sowas ausdenken? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie Marie da drauf gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Du bist auf jeden Fall nicht der Vater. Aber dann hast du ja mit Sicherheit nichts gegen einen Vaterschaftstest, oder? Vaterschaftstest? Ja, einen Vaterschaftstest. Ich weiß, wer Maries Vater ist. Ich brauche keinen Vaterschaftstest. Dann klär sie doch bitte auf. Die Kleine ist in dem Glauben, ja? Steh bei mir und glaub, ich sei ihr Vater. Pass auf, es geht dich überhaupt nichts an, was ich meiner Tochter sage und was ich meiner Tochter nicht sage, okay? Und jetzt geh bitte, ich habe zu arbeiten. Also ich verstehe dein Verhalten überhaupt nicht. Was ist denn los mit dir? Das ist ja unglaublich. Puh. Was ist denn da los? Also ich weiß zwar nicht, was mit Heike passiert ist, aber Marie scheint ja wohl nicht meine Tochter zu sein. Ich nenne das Glück im Unglück, aber das wird der Kleinen auf jeden Fall nicht gefallen. Die 15-jährige Marie hat von ihrer Mutter noch immer keine Antwort auf die Frage bekommen, wer ihr Vater ist. Und auch Peer scheint nach dem Gespräch mit Heike nicht mehr an einem Vaterschaftstest interessiert zu sein. Marie fühlt sich von allen im Stich gelassen und will sich bei Peers Verlobten Steffi Unterstützung holen. Hast du schon wieder was vergessen? Oh, Entschuldigung, ich dachte, du bist mein Verlobter. Nee, nicht ganz. Ich bin Marie. Ähm, ja, kennen wir uns? Nee, ich glaube nicht, aber ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Was ist denn passiert? Soll ich irgendwie in Krankenwagen oder in der Polizei helfen? Nee, nee, alles gut. Es geht um Peer. Und bevor Sie sich jetzt aufregen oder so, es ist nichts passiert oder so. Okay. Ähm, wie, Sie kennen Peer? Ja, also, das ist schon was Privates. Können wir das nicht irgendwie drinnen besprechen? Ja, okay. Kommt rein. Danke. Ja, also, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das alles sagen soll. Meine Mutter war vor 16 Jahren mit Peer zusammen und... Okay. Na ja, ich glaube halt, dass er mein Vater ist. Bitte? Wie, dein Vater? Du bist Peers Tochter? Ja, ich glaube das auf jeden Fall. Meine Mutter behauptet zwar, dass es nicht so ist, aber... Ja, ich glaube halt schon, dass sie da irgendwie lügt. Und Peer, der weiß davon? Ja, ja, aber erst seit kurzem. Ja, er war wirklich genauso geschockt wie Sie. Sie dürfen ihm da jetzt echt nicht böse sein. Er wollte sogar einen Vaterschaftstest machen, aber meine Mutter wollte das nicht. Eben weil sie glaubt, dass er halt nicht mein Vater ist. Aber ich glaube halt, dass sie lügt. Wie, jetzt noch mal von vorne. Deine Mutter sagt, Peer ist nicht der Vater. Und was, was möchtest du jetzt erreichen? Was soll ich machen? Ja, vielleicht könnten Sie Peer ja irgendwie überreden, dass er doch einen Vaterschaftstest macht. Oh Gott. Das muss ich erst mal socken lassen. Ich... Das ist doch jetzt selber auch total leid, dass ich Sie hier so überrumpel. Aber ich sehe ja selber, dass Sie schwanger sind. Sie können sich doch vorstellen, dass es total schlimm sein muss, wenn das Kind den Vater nicht kennt. Ich verstehe dich ja total, aber ich muss jetzt erst mal kapieren alles und uns sacken lassen. Und ich muss jetzt erst mal mit ihm reden. Das verstehst du hoffentlich. Hi Schatz. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe was vergessen. Lies mal mein Telefon. Oh, jetzt schlägt es ja wohl 13. Was ist denn jetzt? Was machst du denn mit dir hier? Also stimmt es ja. Marie ist deine Tochter und du sagst mir nichts davon? Äh, Moment, Moment. Nein, so ist das nicht. Ich habe mit Heike geredet und die hat mir klipp und klar gesagt, dass ich nicht dein Vater bin. Also was... Ja, das Ganze tut mir doch auch total leid, aber ich glaube Mama das einfach nicht. Weißt du, meine Mutter, die erzählt seit Jahren irgendeinen Mist, wenn es um das Thema Vater geht. Ich bin mir einfach sicher, dass du meiner bist. Mann, dann kannst du doch nicht in mein Haus reinmarschieren, meiner schwangeren Verlobten so einen Quatsch erzählen. Also das hast du denn davon. Ja, aber ich glaube Mama das einfach nicht. Ich weiß doch genau, dass du mein Vater bist. Mann, ich weiß das einfach. Jetzt warte doch. Marie, warte. Sorry, das wollte ich doch jetzt auch nicht. Mensch. Oh, Mann, scheiße. Super, das hast du ganz toll hinbekommen. Wirklich. Wie kannst du mir sowas Wichtiges verschweigen? Ey, weil es da nichts zu erzählen gibt, oder was? Mann, ich habe doch mit dieser Heike geredet und die behauptet das doch, dass ich nicht der Vater bin. Und warum sollte ich ihr denn nicht glauben? Äh, weiß ich nicht. Ich kenne diese Heike nicht. Ich weiß nicht, ob die lügt oder nicht. Ich möchte auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass du nicht der Vater bist. Ich wollte doch einen Vaterschaftstest machen und das alles aufklären. Mann, und warum ich dir nichts gesagt habe, das ist um diesen ganzen unnötigen Stress hier zu... Lass mich bloß nicht an jetzt. Ach, Mann, Schatz, ey. Um diesen ganzen unnötigen Stress hier nicht zu haben. Nee, ich möchte einen Vaterschaftstest hundertprozentig. Ich möchte wissen, dass sie nicht deine Tochter ist. Und vorher gebe ich keine Ruhe. Jetzt lass mich bloß in Ruhe. Ach, Mann, Schatz, ey. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder was? Ich denke, diese ganze Vaterschaftsgeschichte ist hier langsam mal vorm Tisch. Und da steht diese Marie hier wieder vor der Tür und wehnt das alles wieder auf. Und wie soll ich diesen blöden Vaterschaftstest machen, wenn Heike Streeck dagegen ist? Nach dem Besuch von Marie hat Peer auf Druck von Steffi sofort einen weiteren Termin mit Rechtsanwältin Tarsic vereinbart. Der 34-jährige Berliner hat eingesehen, dass ein Vaterschaftstest nun doch unumgänglich ist, wenn er mit Steffi zusammenbleiben will. Gibt's Ihnen gut? Ja, das ist ein bisschen aufregend, aber ich versuche mich zu beruhigen. Ja, das ist gut. Ja, ich finde das schön, dass Sie Ihre Verlobte jetzt eingeweiht haben. Ja, wohl eher ein bisschen unfreiwillig. Peer hätte mir wohl nicht erzählt, dass er eventuell eine Tochter hat, wenn Marie nicht vor unserer Haustür gestanden hätte. Ja, das stimmt. Jetzt übertreibt mal bitte nicht. Ja, aber Maries Mutter hatte Ihnen doch versichert, dass Sie nicht der Vater sind. Das hat sie auch, so. Und heute steht diese Marie schon wieder in unserem Haus und mit ihren Vermutungen steckt sie jetzt sogar meine Verlobte an. Das Mädchen war sich einfach so sicher, dass Peer ihr Vater ist und anscheinend hat es wohl ihre Mutter nicht so mit der Wahrheit bei diesem Thema. Ja, aber warum sollten die beiden lügen? Was gibt's da für eine Motivation? Ich verstehe das auch. Das ist eine gute Frage, aber ich verlasse mich einfach nicht auf eine Aussage einer Frau, die ich nicht kenne. Ich möchte jetzt Gewissheit haben, ob mein zukünftiger Ehemann nicht vielleicht doch schon Kinder hat. Ja, und wenn Sie sich das jetzt rausstellen sollte, dass es so ist, dann verlässt du mich oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, natürlich nicht. Aber ich muss einfach Gewissheit haben und wir müssen auch wissen, ob es noch ein Kind gibt, die vielleicht ein Anrecht hat auf Erbe. Erbe? Also geht's jetzt ums Geld jetzt oder was? Das ist alles. Nein, jetzt verdrehen wir doch nicht die Worte im Mund. Mein Vater hatte auch ein uneheliches Kind und nach seinem Tod gab es nur Stress ums Erbe. Ich möchte einfach, dass das geklärt ist. Beruhigen Sie sich ruhig, setzen Sie sich ruhig wieder hin. Wir kriegen da schon einen Angriff. Ich muss auch Ihrer Verlobten ehrlich gesagt, der wird nun Recht geben, denn sie möchte da Sicherheit. Und ehrlich gesagt, Marie, die wird doch aus meiner Einschätzung keine Ruhe geben, bevor die nicht Gewissheit hat. Ja, Gewissheit, Gewissheit. Also würden Sie mir jetzt auch zu diesem Vaterschaftstest raten. Ja, ich sag mal so, entscheiden müssen Sie es natürlich. Aber wenn Sie der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, wenn Sie wissen wollen, was Sache ist, dann wäre das schon ein probates Mittel. Ja, aber Heike hat mir doch jetzt mehrfach versichert, dass ich nicht der Vater bin. Ja, Heike, 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 Heike hat es ja anscheinend nicht so mit der Wahrheit bei dem Thema. Ja, auch da muss ich ihr wieder Recht geben, soweit es mir tut. Aber ich meine, ich stand doch bei ihr auf der Türschwelle. Und was hat sie mir versichert? Beruhigen gibt es ja auf gar keinen Fall. Ist ja völlig unbekannt. Also da hat sie ja auch gelogen. Ja, ja. Ja, also wenn Sie der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, ich würde Ihnen wirklich raten, Vaterschaftstest zu machen. Ja, an mir soll das auch gar nicht liegen. Also ich würde diesen Test sofort machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Jetzt kommt aber das Ding, Marie ist minderjährig, braucht die Zustimmung ihrer Mutter und sie weigert sich strikt dagegen. Als möglicher biologischer Vater haben Sie ein Recht darauf zu wissen, ob Sie jetzt der Vater des Kindes sind oder nicht. Und wenn die Mutter eines minderjährigen Kindes die Zustimmung verweigert, dann können wir bei Gericht ein sogenanntes Vaterschaftsanerkennungsverfahren betreiben. Und dann werden wir beantragen, dass die Mutter die Zustimmung erteilt, das Gericht kann sie da verurteilen, dass man diesen Test macht, ja, dieses Abstammungsgutachten einholt. Also das kann sie nicht einfach nur so torpedieren, so einfach ist es nicht. Ach, geht das denn einfach? Ja, ja. Also wir brauchen ein berechtigtes Interesse, das müssen wir natürlich darlegen, ist klar. Aber Sie sagten ja, zum Zeitpunkt der Zeugung von Marie waren Sie und Heike Zimmermann liiert. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich der Kindsvater, kommen als Kindsvater in Betracht und das würde reichen. Ja gut, also dann sollten wir das doch vielleicht so machen, weil wenn sich nach diesem Test rausstellen sollte, dass ich nicht der Vater bin, dann würde das bei uns wieder Ruhe reinbringen und wir könnten auch mal wieder eine Nacht durchschlafen. Ja, ich denke, das ist auch wirklich wichtig, auch für Frau Ferch und gerade in ihrem Zustand, da wollen wir ja auch uns nicht drauf nehmen. Ja schön, ich freue mich sehr, dass wir da jetzt ein Verständnis erzielen konnten und ich würde das jetzt einfach mal vorantreiben, ja? Ja, dann danke ich Ihnen doch erstmal. Sehr gerne. Alles klar, danke schön. Alles Gute für Sie, ja? Vielen Dank, ja, danke. Passen Sie mir gut auf die Frau auf. Das wäre recht, alles klar, danke. Es muss einfach sein, ich muss es wissen. Ich muss einfach wissen, ob mein zukünftiger Ehemann schon Kinder hat mit einer anderen Frau. Ich bin schwanger und wir wollen heiraten. Ich muss einfach wissen, woran ich bin.